Nicht mit Schremen, deren Leute reden darf. Das ist echt voll blöd. Report Mojang. Deutschland, Deutschland, zwei. Ich hab voll die krassen Sachen, ich hab ein Feuerzeug und so. Hier hat jemand ein Feuer gelegt! Hau sie, 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 hau ihn, hau ihn, hau ihn! Fick ihn! Krieg! Der fliegt gar nicht. Ach, schau dich die ganze Zeit. Lol. Was war das? Alter, wie laut sind die Sounds, ey? Oh, ich hab einen! Ich hab zwei! Nein, nicht! Ne, da lebt man. Das ist so weg. Ich hab einen, ne, ich hab einen, ein... Oh, shit. Also, ich hab meinen Ohren sind gesiegt, was sind das für Geräusche? Mach's leiser einfach. Hä? Mach's leiser. Wer will denn? Mach einfach alles leiser. Mach Blocks leiser. Mach Blocks leiser. Blocks! Das ist ja quasi auf 0% bei mir hier gerade. Jetzt sterbe ich, weil ich kurz was umsteigen musste. Alter. Ich hab auch nur ganz knapp überlebt. Alter. Oh, wow. Als Mann ist auf die... Outplayed! Easy. Easy boys. Yo, von der ist krieg ich damage. LoL, er hat mit Q Sachen geschnissen. Das ist not how the game works! Alahu Akbar! Aua. Bist du tot? Türkis ist als einziges noch zu zweit. Das ist richtig... Oh, aua. Das ist ja auch hartanweckig gewesen, hätte ich das nicht geschafft. Das ist mal ohne Scheiß, was ist das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Ha! Ha! Ha, 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 ha. Burn! Burn, bitch! Da! Da! Ja, da ist er noch runtergefallen. Ich glaube, es tut mir leid. Da! Da! Bullshit! Alter, Bullshit. Noch einen oder fällig? Nein, warum nicht? Meine Ahnung sind halt gefickt. Ja, macht Jukebox, Noteblocks, Friendly Creatures und Ambiente Wunden. Ich weiß nicht, was ich so schreiben muss. Drei, drei, zwei, eins. Perfekt. Immerhin, dass mir diese alten Sachen eben ein wichtiger Punkt haben. Grey-Gasm. Was denn, kriegst du zum Orgasmus zurück? Lass mich meine Grey-Gasm haben, wann ich möchte. Ich will den Greenscreen nicht so lange da hängen lassen, deshalb... Ich hänge den mal eben ab. Ich will den schürzen und dann weil, dass es zizz likely sein kann. Ey! Ey, unfair! Alter, warum geht's schon los? Please! One way to die. Vor allem nutzt dir das auch noch aus wie so ein Stück Scheiße. Congrats, du hast einen afk getötet. Du bist echt gut. Alter, ist das behindert. Tilt. Töte. Gizmo. X, Gizmo, X. Das ist nur sein Maid, der ist Scheiße. Ich will, dass du X, Gizmo, X tötest. Der Mr. Biest lebt übrigens noch. Töte X, Gizmo, X. Du meinst X, Gizmo, X. Nein, X, Gizmo, X. X. Ist ja wohl eindeutig, dass man den so ausschließt. LOL, auf die Ecke geworfen. Du bist safe, du bist safe. Die andere fliegt da unten. Die andere fliegt nach unten, ist gut. skopst. Kleinen steck. Das ist humanisch weg. Ich schiebe mich gerade so halbwegs gegen mich, habe ich es gesehen. Du hast sie direkt nach oben geworfen, die ist einfach dir hinterher wieder geflogen, so ganz nett nach oben gefallen und dann wieder nach unten. Ich dachte, sie hat irgendwas dann getroffen. Ich glaube, ich habe diesen Mox-Mate geschützt. Es geht gut, man. Fremde, warte mal über den Mox-Mate, man. Das weiß ich nicht. Hm, was noch? Es gibt nicht mehr so viel. Ist ja auch relativ listig. Komm schon noch einen Platz, könnt ihr doch frei machen. Nein, noch einen bitte. Alter, da habe ich noch jemanden Platz gemacht. Was ist Cross? Siehst du gleich, der muss einfach, also man muss so, so Bikenblöcke verteidigen und die vom Gegner halt abbauen. Das ist zwei Stück, glaube ich. Inventarsortierung. Okay. Oh, jetzt kann ich mal einfach nicht so ziehen. Mach ich aber auch so. Also, man kann sich auch Rüstung und so bauen. Aua. Es geht nicht darum, so viele Leute wie möglich zu töten. Es geht darum, so schnell wie möglich diese Cores abzubauen. Guck mal, hörst du dieses Bupen? Hilfe. Hallo. Am linken. Alter, da waren schon richtige Tryhard-Schwitzer. Am linken Chor waren die ganze Zeit welche. Die hätten ja... Irgendwie kommt nur das hier wie ein 10 versus 5 vor. Hä, wo ist er hin? Aufhalten! Mann, das sind so richtige Tryhard-Schwitzer im Gegner-Team. What the fuck? Das sind beim... Aufhalten! Beim Ein-Core. Das ist doch. Das ist halt blöd. Ich bin fucking dabei. Alter, das Tryhard-Schwitzer. What the fuck? Puh, lustig. Kann man was machen, was das Spaß macht, bitte? Das hat echt keinen Spaß gemacht. What the fuck? Solche Scheiße hast du dir früher gegönnt. Ich hab diesen Modus glaub ich nicht einmal gespielt. Ich versteh auch wieso. Das war richtig lame mit solchen Spastis. Sehr schlimmer als ich in Bad Wars oder im Ranked in LOL. What the fuck? Tippies! Nein, ich will in Pink! Gein Pink, gein Pink, gein Pink! Oh, ich hab's für Kax. Damn. Dann muss ich dich wohl zerstören. Du meinst, passt ist doch noch auf Kau, oder was? Ich hab den guckt... Junge, warum... Da muss doch ein Reflex bei dir sein. Warum hat der ein Schwert gekauft? What the fuck? Ist ja schon fast asozial. Jo, kauf dir doch kein Schwert, du dummes Stück Scheiße. Wie lame ist das denn? Mal kaufen sie einfach ein Schwert als erstes Item. Und der auch! Reportet. Bei mir läuft's nicht besser. Unsere Leute sind auch schon kaputt. Die werden reportet. Der hier. Und... Senpai Hurensohn. Bisschen, warte einen Moment. Aber die haben beide gehackt. Mano. Die haben aber nicht gehackt, wahrscheinlich. Doch, hundert Prozent. Ich hab's doch gesehen, Alter. Diese Hacks. Fucking Schwert. Die hatten ein Schwert in Bad Wars. Was? Oh nein, sie haben gehackt. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Besser, so. Ja. Lebst du noch? Ja. Dann beobachten wir dich dann. Ich muss wieder reinkommen, Juni, ja? Ja. Ich hab wirklich... Null Cent. Ich bin nicht gerne. Ich versteh gar nicht mehr, wie das funktioniert. Auf einmal steuert mein Charakter von sich aus irgendeine Scheiße und ich war runter. Ja. Eine machen wir noch. Aber irgendwie hab ich ja mal diese schlechten Runden. Ich weiß immer nur gut, woran. Hä? Also. Warte mal, sind wir in Team Pink? Komm, Pink. Ah, cool. Der ist voller Messer hier. Immer mal. Kann man hier das Jumpman eigentlich schaffen, oder? Ist hier nichts zu schaffen. Deutschland? Ich glaube, ich... Hä? Ich hab fast alle Maschine tief in sich. Ich brauche noch Hirte, Schnecke und Endergames. Ich hab ja noch alle, aber irgendwie... Rüste oder so. Ich glaube, bei Schnecke muss man sehr viel sneaken. Na, so machen wir das. Snash Shop. Gib deinem alten Opa etwas Zeit. ich hab keine blöcke mehr nein nein ich sneaker das war ein fingerkrampf die kommen rüber ja was willst du mir erzählen der benutzt diese mod die sich erlaubt der wird reportet der benutzt diese mord er schummelt also weil er etwas hat was ich nicht habe weg mit dem schummler legend am arsch alter report ja was soll ich machen die bote die stelle die 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 so besser er ist reporte der wird gleich gebannt bestimmt Glaubt mir. Lebst du noch? Haben wir noch ein Bett? Nee, ich lebe lustigerweise nicht mehr. Schade, aber war worth it. Man muss Prioritäten setzen. Möchte? Nee. Oh ja, bitte Mann. Wahrscheinlich hat ihn gerade schon ein Mod angeschrieben oder so. Warum denn? Weil er reported wurde. Ja, was ist das? Report! Ich muss warten. Ja, bitte mehr. Ich lebe noch. Ey, bin ich nackt. Das ist unmenschlich. Ah, der hat kein Bett mehr. Kann ich ihn reporten? Ja, ich kann ihn reporten. Cool. LOL. Okay. Also ich finde, ich reporte absolut zurecht. Die Leute, die ich reporte, die sollten noch gewandt werden. Missbrauch wird bestraft. Ich bin mal gespannt, wie lange ich noch anwenden bin. Oder Ich bin halt der Auffassung gewesen, dass die hier nicht, was ist hier, was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ich finde, ich musste das auch zeigen. Ich habe heute schon sechs Reports oder so fliegen lassen. Wir wurden aber auch nie dafür gebannt, wenn wir irgendwie für zwei von drei mal richtig waren. Äh, zwei von fünf. Geh weg, Junge. Wo ist das Bett bei dieser Map? Oh, ich habe ein halbes Herz. Wo ist das Bett bei der Map? Ich weiß es nicht. Im Baum oder so. Welcher Baum? Oder im Haus. Keine Ahnung. Da muss ich so eine Treppe hoch. Ich weiß nicht mal, wo ich gerade bin. Na, ist ja so eine ganz viele Sonnstelle jetzt. Ups, falsch. Das kann ich dir sagen. Deutschland. Boost! Huh! Easy, Snitch. Was? Was, mein Penis. Du bist tot. Ich kann ihn nicht hüten. Hex! Hex! Wie heißt der? Und sein wird auch noch Geld, weil hier weht. Ist ja aber scheiße, ja. Ich konnte ihn nicht hauen. Unfair. Und machen wir noch. Ich weiß nicht. Und die Zeiten sind gezählt. Was? Nee, fünf von fünf von fünf von mir. Ich vielleicht auch. Nee, der letzte bisschen Türo. Hey, dich selbst auch. Die jecken doch nicht alle. Ich kann nicht alle wissen. Ja, halt, die mich wieder kommt. Ich weiß nicht, ich bin nicht wichtig. Ich habe mir nicht vorgestellt. Ich habe mir richtig blöd geschlagen. Ich habe mir doch nicht sein müssen. Ich habe mich auch nicht einfach dazwischen. Ja, ich bin wieder komplettarekbar. Mein Freund heißt bestimmt auch. einfach mal sind haben wir ihn made wir haben ihn random ey bin im intranet und ja ich hab's gedrückt kann man das schreiben? nein man kann Newport nicht schreiben schade wann fuck yeah lass erstmal Leute belästigen das ist bestimmt eine gute Idee scheiß auf Spitzhacke brauche ich nicht Deutschland ich geh weg Junge keiner mag dich als ob die mich nicht bemerkt haben sie tun sie tun WTF die Wolkenblöcke was zum Fick ist das? ich wollte Einstein kaufen wenn er mal wieder wohnt was ist das? was ist das? die Angriffsrechte reportet okay ohne Schleifung mit für die Wolken das ist praktisch glaube ich uncooler Lukas Alter ich hab dich im Auge wenn du nochmal von keine Ahnung wie vielen hä? was meinst du von? ich bin ein Fan von noch mehr geht auch nicht Fick hey das war knapp achso toll dass die Blöcke gar nicht verpackt sind oder so Nö, 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 nö. Ah, cool. Ich hab den blau vernichtet. Das cool ist, ich mein's immer bei blau auf dem Ding hier. Aber da ist nichts mehr. Oh. Blau ist vernichtet. Ich hab grad gesagt, blau ist vernichtet. Du musst gar nicht traurig sein. Du kannst... Du musst meine Träume vernichtet. Aber ich dachte, wir sind die Gegner von blau. Ah, cool. Schönes Bett, das ihr nicht mehr habt. Jetzt will ich mich nur noch prügeln. Mit jemandem, der doppelt so viel ab hier hat. Ich bin meiner Meinung nach auf Steampunk. Ich hab mir jetzt gute Taktik. Was? Was? Alter, seid ihr inkompetent. Nee, ich bin tot. Ja, ich bin genau in dem Moment gestorben. Ich bin auch nicht so gut. Lass mich... Ich bin... Ich muss erst mal... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, die ist... Ja, ey, komm. Äh... Deutschland. Deutschland mein Name. Weißt du was? Ich hab jetzt Lust auf CSGO. Ich hätte Lust auf Gold 4, aber ich möchte mir heute kein Spiel mehr machen. Ist okay? Ist das okay, wenn ich jetzt oft gehe, dann um CSGO spielen? Ja. Bitte komm nie wieder. Kill yourself. Oh, Haar voll tief von dir, ey. Oh, am Beleidigen. Gewalt und Beleidigung sind keine... Äh, keine Lösung. Und Kraft ausdrücke bringe ich da gar nicht... Und habe neun Stunden Chatverhalten... Chat-Bahn bekommen. Ich hab in einem Monat eine Chat-Bahn bekommen. Für, äh... Noob oder sowas. Ich hab... Ich hab Noob mit kleinen Nullen gespielt, ne? Weil ich dachte, das wäre dann so zensort. 30 Tage. Alter, gut, stopp, komme. Okay, das war eine super tolle Runde. Minecraft. Uncut. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut bei Zahnspangträger Zytus, beziehungsweise inzwischen Spasti an, auch vorbei. Mach's ja noch YouTube bekanntlich. Weiß ja jeder. Äh... Tschüss. Tschüss.